Hallo meine Lieben mit meiner und willkommen zurück zu Hollow Knights. Letztes Mal haben wir... Sind wir hier im Dschungel angekommen und haben eine Riesenfliege gekillt. Was aber glaube ich optional war, dass die auch keinen Namen hatte oder so. Und der letzte Boss hatte ja einen Namen, war wahrscheinlich ein Miniboss oder so. So. Grünkinder traten aus dem Traum und in dieses Land. Hier werden wir nun voller Geduld Aufruf zum Rückkehr erwarten. Zur Rückkehr erwarten. Nice. Äh, ja wir haben mal so eine Fliegebesiegung und Charakter getroffen. Sote. Und was zum Fick. Zwei von denen. Nein. Ich muss aber... Ich muss aber... Was! Ich muss aber... Okay. In der Fall. Ich muss aber nicht nur die Fliegebesiegungen und Charakter, der in die Neistung sehr gut verhäuel. Ich muss aber nicht nur die Fliegebe mit dem Rock zu tragen. Ich muss aber auch mal so, dass ich dann... Irgendwie so ein wenig blankeig. Musik in der Fall. Ich muss aber nur die Fliegebesie sein. Irgendwie so eine Fliegebesie sein. Und dann noch mehr so. Sie haben sie nicht verhäuert. Das ist nicht egal, okay. Es ist auch so. Gott sei Dank! So, weg ist er! Gottverdammt! Alter, war der anstrengend! Eine Sache würde ich aber gerne noch nachgucken! Voll! Bevor ich da hochgehe... Ich hab nichts gesagt! Ich wollte eigentlich gucken, ob das Ding hier da ganz unten ist... Also da ganz unten, aber nein, ist es nicht! Ah, wie sich dieser Ort verändert hat, seit ich es das letzte Mal gesehen habe! Das Grün wächst so wild, dass die Station wohl bald von ihm verschlungen wird! Ami, Sodo! Ami, Sodo! So, du müsstest was Schönes für mich haben! Okay... Okay... Ein Maskenstück? Oder... Also ein Maskenscherbe oder ein Gefäßteil? Tom! Ja, okay, wenn ich... Ich wollte es gerade sagen, wenn ich recht habe, erhöht das meine Leben! Ah, der verkauft nur zwei davon! Guck mal an, wer da hier ist! Ich hab das Viech erledigt! Der erinnert sich nicht mal an mich! Bafanaga! Bafanaga! Eissequellen, Verkäufer... ... ... ... ... ... Oh, interesting. Voilà. Grünweg. So. Komm nicht näher, Geist. Ich habe dich gesehen als Verfolgter des alten Königs. Etwas Schreckliches erwacht. Kann es für mich riechen. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was du zu tun versuchst. Das kann ich nicht tun. Äh, was weit? Ich habe die Blibiosa. Neue. 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 Äh. Äh. Tja. Tja. Aaaaaaahhh weg von mir noch alt ab was hat das für eine reichweite wie viele phasen hatten der mich hat einfach nur ihre hörner berührt Nein. Nein. Weg bist du. Komm, geh weg. Nein, ach komm. Sei jetzt nicht assi. Oh. Hornet, also laut Erfolg heißt die Hornet. Mottenflügel umhauen. Versuche es, die Siegel zu brechen. Sie können nicht geöffnet werden, sie müssen geöffnet werden. Lass uns schlafen. Kleiner Schatten, kehre in deine Dunkelheit und gewähre es und gewähre uns unsere Ruhe. Was ist gerade passiert? Okay. Ist das sowas wie ausweichen? Na, Minobis. Na, Minobis. Was ist das, was ich noch mal längst vergessen wurde? Es eignet sich ebenso gut für einen Augenblick der Rast. Geht von unten. Oh Gott. Das ist ein Gegner. Ich dachte, das wäre ein NPC. Ich denke, das ist so gut. DRECKSACK! Was ist ein DRECKSACK? Ich weiß nicht, ob wir hier schon fertig sind. Dann machen wir uns mal. Ich weiß nicht, ob wir hier schon fertig sind. Jetzt geht's. Ich weiß nicht, ob wir hier schon fertig sind. Wir haben jetzt ein DRECKSACK. Genau. weißt du was ich glaube ich mache ab sofort 15 minuten folgen weil ganz ehrlich kürzere folgen sind auch für mich angenehmer wegen arbeiten weil ich muss auch wirklich viel gerade arbeiten ich muss auch gerne bei doch arbeiten wenn ich nicht gerade stream oder aufnehmen auch privat wenn ich nicht nicht im dienst bin daher würde ich sagen wir binden an dieser stelle die folge ich bedanke mich fürs zuschauen war ein interessanter kampf was wir hatten ganz ehrlich und also die fähigkeit ist richtig geil muss ich sagen naja wie sagen wir sehen uns das nächste mal wieder danke fürs zuschauen ich würde mich über ein abo und ein like freuen lasst auch gerne mal einen kommentar dazu für verbesserungsvorschläge da würde ich sagen danke fürs zuschauen ciao leute